Chile Trades, es ist 13.05 Uhr, die britische Notenbank, die Bank of England hat den Leidens also 0,75% angehoben und wir haben natürlich jetzt als den heißesten und schärfsten Chart heute verständlicherweise den britischen von USD anzuschauen. Zuvor ganz kurz nochmal zu unserem Video von gestern Abend, da haben wir gesprochen vom Euro-USD, die Dollarstärke spielte da auch mit eine Rolle. Wir haben dann am Ende doch diesen Absturz gesehen im Euro-USD, also die USD-Stärke, die kam und wir haben gesprochen auch von dieser Zone, von diesem Kreuz hier, einerseits diese Trennlinie, die von unten raufkommt, von Multijares-Dief und auf der anderen Seite den Wiedereintritt in die langfristige Flagge, die hier stattfindet oder stattgefunden hat. Wir sind jetzt drin und wir hatten auch heute Morgen bereits den H4-Klos und kommen jetzt gerade wieder ein Stückchen zurück. Also es wird möglicherweise hier nochmal eine Chance sein, so im Bereich von 97,70 einen Einstieg zu suchen, vielleicht dann über diesem Hoch gestoppt. Da sind wir dann irgendwo so im Bereich von 70 Bips vom Stop-Loss her und haben auch bis zum Tief runter, was natürlich ein Ziel sein sollte. Das ist so bei ungefähr 96,35 dann in etwa 140 Bips, was wir an Kursziel 1 hätten. Dann könnte man auch den Rest laufen lassen für den Fall, dass es auch wieder zur unteren langfristigen Kanallinie läuft. Gerade auch dieser Bereich hier, dieser Rücksetzer auf das Bollinger Band, das wäre noch so ein Punkt eben für den Einstieg. Und das ist eben auch jetzt, was wir gesehen haben, heute schon den ganzen Vormittag, dass eben auch britisch von USD erstmal runter ist. Und jetzt fällt sofort auf, wenn ich jetzt mal diese Bewegung anschaue oder vielleicht, ja machen wir es erstmal hier, das wäre jetzt so eine Trendlinie, die sich hier ergeben hat, wo wir gerade abprallen. Also wenn es jetzt darum geht, britisch von USD zu Short, natürlich Leitzinsen wurden angehoben. Das muss noch lange nicht heißen, dass der Kurs steigt. Das erstmal auch dazu gesagt, weil das haben wir jetzt ja oft genug gesehen, dass es einfach eingepreist ist. Und natürlich trotzdem in erster Linie man vielleicht doch die US-Geschichte ein bisschen stärker sieht, den Dollar einfach ein bisschen stärker sieht. Aber natürlich, um jetzt hier einen Short zu machen, müsste definitiv erstmal dieser Bereich brechen. Oder eben ähnlich wie beim Euro-USD gerade besprochen, dass wir vielleicht sogar noch einmal diese Rückseite des Bollinger Bands erreichen. Weil es ist immer der Bruch, wir sind unterhalb dieser Bollinger Band Range ja geschlossen vom H4-Chart, haben jetzt eben diese Trendlinie, wo wir gerade aufsetzen. Also dass wir da nochmal ein bisschen hochkommen könnten, so in Richtung 1,1295 wäre definitiv möglich in den nächsten Stunden. Und dann könnte man eben auch vielleicht so ein bisschen drüber stoppen, da sind dann unter Umständen auch wieder so 70 Bips, wie gerade auch im Euro-USD. Und dann könnte man versuchen nochmal zu schauen, ob er Anlauf nimmt. Andererseits natürlich den Bruch selbst abwarten, dieser Linie, also ein H4-Kloß unter dieser Trendlinie, aktuell wären das ungefähr so 1,1205. Und dann hätte man eben gleich frei Haus den nächsten Supports, die man dann gleich für die Kursziele nutzen könnte. Also 1, wir haben jetzt hier 1,1065 in etwa, das ist dieses genaue Tief, was wir hier vor ein paar Wochen hatten. Und da sind dann circa 150 Bips, also auch wieder circa das Doppelte von den Stop-Losses, wo wir gesprochen haben. 1,0925 wäre dann auch nochmal ein Bereich. Und wenn er wirklich unter die 1,0925 wieder fallen sollte, dann könnte er auch hier wieder in Richtung der Tiefs laufen, beziehungsweise auch sogar in Richtung der Parität. Ja, wenn es jetzt mal ums Longgehen geht, ja, es könnte ja sein, dass hier ein bisschen dann doch die Stärke rauskommt. Gerade diese Trendlinie, von der wir gerade abprallen, wäre natürlich eine Option. Jetzt könnte man spekulativ natürlich das Ganze hier kaufen und den Stop knapp druntersetzen, halte ich für ein bisschen zu gefährlich. Da hätte ich schon gerne ein bisschen mehr Signal. Und ein bisschen mehr Signal wäre eben vor allem dann der Fall, wenn eben dieses Bollinger Band-Geschichte, was wir gerade besprochen haben, wenn das scheitern würde. Das heißt, wenn wir jetzt nicht einfach abprallen hier am Bollinger Band im H4, sondern eben auch wirklich drüber schließen sollten, also in der Bollinger Range wieder schließen sollten, also idealerweise auch so oberhalb von 13, 30, 13, 40 herum, dass man dann auch wirklich hier so einen Dreh hat mit dem Abpraller der Trendlinie unten, um dann eben wieder ein bisschen Long zu gehen auf die Hochs. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass wenn wir uns das Ganze langfristig anschauen, der britisch von USD nicht gerade bullisch aussieht. Wir hatten jetzt zwar natürlich nach diesen großen Einstürzen wieder eine ordentliche Rallye, aber da muss ich jetzt sogar in den Monatschart schauen. Es ist ja trotzdem so gewesen, dass wir hier diesen großen Bereich haben, der zurückgeht bis 2016. Da war ja auch sehr viel Volatilität einfach aufgrund der Brexit-Geschichte und so weiter und den ganzen anderen Sachen, die da in Großbritannien passiert sind die letzten Jahre. Und da war es eben so, dass wir diesen Bereich jetzt auch getestet haben. Also hier sehen wir es nochmal, was hier passiert ist im Oktober. Jetzt im November geht es wieder zurück. Also um da wirklich Long zu sein, langfristig Long zu sein, bräuchten wir erstmal einen schwächeren Dollar und gleichzeitig müssten wir wohl auch wirklich nachhaltig hier wieder über den Bereich von ca. 16,50 kommen, damit das Ganze auch interessanter wirkt. Und deswegen wird es schwer werden auch hier, um ehrlich zu sein, dann auch jetzt im kleineren Timeframe einen Long zu machen. Denn selbst wenn ich jetzt hier ein Signal habe, er kann natürlich ein bisschen hochkommen, kommt aber sehr schnell auch an die Widerstände. Jetzt mal angenommen, wir würden jetzt hier irgendwo H4 schließen, sagen wir jetzt, wie wir gesagt haben, bei 13,30. Dann müssten wir ja fast unter dem Tagestief stoppen. Das sind 140 Pips und wir laufen hier halt recht schnell. Teilweise unter 100 Pips bereits sind die ersten großen Widerstände rein. Das heißt, wenn der wirklich jetzt ein Long-Signal machen sollte, ist es für mich kein Long-Einstieg, sondern eigentlich nur ein Grund, aus dem Short rauszugehen oder eben erst gar keinen Short zu machen. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt erstmal warten, ob er diesen H4-Klos unterhalb dieser Trendlinie macht oder eventuell nochmal einen spekulativen Short an dieser Zone, aktuell bei ca. 12,90. Aber ansonsten, solange jetzt hier nicht oben an einen guten Einstiegshortpreis kommt oder eben den Bruch tatsächlich durchführt, werde ich erstmal die Füße stillhalten. Aber auf der anderen Seite soll es doch gleich abstürzen, weil auch der Dollar stark ist. Dann habe ich ja immer noch meinen Euro-USD-Short, wo ich dann auch noch an dieser Stelle davon profitieren könnte. Das war soweit erstmal unser schärfster Chart des Tages. Morgen hören wir uns dann wieder nach 14.30 Uhr zum NFB.